Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Ich? Ich bin voll lustig. Ich bin voll lustig. Voll... Weiße, so... Ich kann heute auch schon öfters anhören. Das hab ich noch nie gehört in dem Spiel. Nicht? Nein, das hab ich noch nie. Warum nicht? Ja, vielleicht weil ich nicht langweilig bin, keine Ahnung. Obwohl ich es eigentlich bin. Nein, bist du nicht. Nein. Einer von uns ist langweilig. Ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. 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 Ja, bitte. Ja, steigst einfach ein ohne Fahrkarten? Hab ich Ihnen schon gesagt? Hier, bitte. Na klar. Und auf was wartet ihr? Ah, da kommt doch ein Bus. Das ist der Zwölfer. Aber das ist keiner, den wir kennen. Dazu drücken, Mitarbeiter. Hallo. Eine Busfahrt, die ist lustig. Eine Busfahrt, die ist schön. Es tut weh, Masuna. Aber sie ist gut. So, warte. Ähm. Wenn deine Mutter tanzt, gibt sie dem Wort Walzer eine ganz neue Bedeutung. Na klar, sie haben meine Fahrkarten. Hab ich ihnen schon gezeigt? Wer hört hier Musik? Wer hört hier Musik? Oma. Ich hab ihn. Sie haben meine Fahrkarten. Wer hört hier Musik? Bei mir war es die Oma. Danke sehr. Ja. Und ihr habt nicht geheadbankt. Wir haben auf... Es gibt auf jeden Fall mindestens eine Oma, die headbankt. Mein Opi hat vorne auch nicht geheadbankt. Was? Tyrk. Jehe! Ele Baby, DU Wind! Jeder hat zu viel Geld? Ich hätte dann gerne das DLC... Nein, ein Chariz. Nee, nein. Oh 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 oh. Du dein Charizken. Ich hab ihn? Wie auch Bier? Ryan hat das schon. War er noch. Hätt ich das Geld gehabt, hätt ich's euch beiden geschenkt. Ich hab ihnen meine Fahrkarte schon geschenkt. Aber danke für deine vier Subs. Waren vier. Ich glaub du warst bei 41, ne? Es waren, glaube ich, vier. Ja. Der eine Fahrkarte klingt wie Alfino. Okay, warte, welcher? Du hast Toffi wieder beschenkt! Es reicht langsam. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Wir haben meine Fahrkarte schon gesehen. Der hier. Seid schön nach, sagt euer Panda-Bär. Du bist nicht, das erklärt er euch. Euer sexueller Belästigungs-Panda. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Sagt der Walfisch zum Toonfisch, was sollen wir tun, Fisch? Sagt der Toonfisch zum Walfisch, du hast die Walfisch. Ah, linke. Hi, Fisch. Was wollen wir tun, Fisch? Du hast die Walfisch. Welches Ziel-Zie braucht man bei der von Bus-Simulator? Von Bus-Simulator, die Erweiterung mit den Maps. Nein, das ist die Scherz! Hört auf! Die für 30 Euro bitte. Ich kann dir die Links schicken, da gibt's das für 4,89 Euro. Ey, hör auf! Nein! Hättest du die Feinde? Ja. Was macht ne Inuit-Dame auf der Eisschonne? Abtreiben! HAHAHA Was denn? Abtreiben! Der ist doch Fisch! Man könnte doch wenn sonst was denken. Ja, ja, eben! Wissen, da sind wir dabei. Wir sind doch da denk können! Ich hab das Gefühl, I-Win ist hier! Ich hab ihn! Ne, ne, was du noch? Ich hab ihn! Da war es echt schlimm. Echt? Da haben die das da beide gemacht. Er hat es geschrieben und sie hat es halt gesagt. Aber vor allem, es war dann ja nicht nur Masuna und Aron, es waren dann ja noch einige andere bei mir noch im Chat, die das gemacht haben. Britting zum Beispiel, Britting hatte, Shana hatte, Dani hatte, also wir hatten da so den ein oder anderen. Hör noch mit. Ed Masuna, deine Witze sind wie Pfannkuchen, flach. Das sind Eierkuchen, keine Pfannkuchen. Ja, Pfannkuchen. Bei uns hier oben sind Pfannkuchen das, was andere als Berliner bezeichnen. Ja, 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 die Diskussion wieder. Ich bin ein Berliner. Nicht. Eierkuchen denn eben bei anderen Pfannkuchen? Nächster Halt, Monsbauergasse. Ich kenne halt Pfannkuchen und Berliner. Oder Berliner, beziehungsweise Krapfen, oder wie die dann noch heißen. Oder Krapfen schon wieder was anderes als Berliner, ich weiß es nicht. Ist mir eigentlich auch egal, ich esse es. Ich esse es, weil es geil ist. Mapper einigen wir uns auf Eierpfannkuchen. Kann wir machen. Jetzt hab ich auch meinen Mund whispering. Hab ich nicht. Ich hab Everyday Mrs. Ich hab ich biashir... Ich hab Sie xi... Wie animals3! Einimo! bitschool, keine Handball Doncs bist du katt! O Zeidank habe ich den Stream-Stump! Einimo! Verpasst das Beste. outrageous mesure, wirklich hombre Anti-ưỡd composition, Das ist kacke, dass man es uns verpflichten macht, Oh, du darfst es gerne weiterschreiben. Ich weiß nicht, was du weinst. Oh, jetzt bin ich voll in den Abgrund gefahren. Oh, 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 oh. Irgendwas. 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 Was ist ein anderes Wort für Verkehr? Wackelkontakt. Den kannte ich noch nicht. Und, hast du auch ein bisschen Bock auf Wackelkontakt? Warte. Es reicht langsam. Ey, du, kommst du noch ein bisschen mit hoch, um Wackelkontakt zu machen? Oh, gerne. Schön, dass du fragst. Es reicht langsam. Aber nur, aber, 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 für 30 Cent die Stunde bitte, ne? Wo ist dann eigentlich unsere Endhaltestelle? Wegen zurückfahren. Endhaltestelle. Flüsterweg. Flüsterweg. Ja. Der lüsterne Flüsterweg. Der lüsterne Flüsterweg. Was? Der lüsterne? Ui. Der lüsterne Flüsterweg. Ja, Hybride hat vorhin Lüsterweg verstanden. Anstatt Flüsterweg. Hey, hast du Lust hochzugehen? Gern. Cool, dann geh. Oh, Luna. Kommt, der Satz bin gleich wieder da. Ich hab mit Wackelkontakt ne ganz neue Bedeutung. Ja. 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 Einfach ja. Diesmal nicht einfach nein, sondern einfach ja. Einfach ja. Natürlich. Ey, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen. Ryan, Ryan, ohne Freis, du musst von beiden mal einsprechen. Wir brauchen das beide. Ohne Witz, wir brauchen das beide. Bei dir, bei dir klingt's halt einfach nochmal ein Stück geiler. Ja. Ey. Ich weiß nicht, du hast da so eine geile Betonung drauf. Das ist einfach... Nein, nein. Mach mal ein. Doch. Nichts wollen. Nein. Doch. Wenn du einen Geist siehst, bist du dann begeistert? Oh. Vielleicht. Wie viele Lalafels braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Keine sie bekommen. Die Kindersicherung nicht aufmachen. Das bin ich. Wir kommen nicht mehr in die Kindersicherung aus der Sch... Hey, was war denn da jetzt? Mhm. Hä? Da war gar nichts und trotzdem 1200 Euro Schaden. Da war nichts. Ich hab nur den Buswackelkontakt sehen. Das war's. Da war ein Schlagloch, ja. Ryan, es tut mir leid, ich bin halt einfach zu fett für diesen Bus. Nein, bist du nicht. Hallo. Wie oft wollen sie mehr oft wollen? Es reicht, es ist, es reicht uns. Nein, es reicht uns. Ich bin zu fett für diesen Bus. Nein, aus. Nein, einfach nein. Steigst du wieder ein? Ich bin hier doch nicht. Ich bin einfach zu fett. Oh Gott, tschüss. Weil es ist schon nie aufzuhalten, ne? Wow. Sie setzt dich wieder aus. Ich bin einfach zu fett. Ah, ist es gerade noch vor mir auf die Straße? Ihr steigt jetzt wieder ein? Nein. Und dann auch noch voll gegen die Laternen fahren. Soll ich es wieder ein? Ja, ja. Lass mich doch die Tür aufmachen. Ich war ganz... Oh, der hat ein Foto. Oh, geil. Ja, hallo. Wir sind jetzt hier bei Topmodel. Sie wollte gerade ein Foto von mir machen. Ha. Meine Oma arbeitet jetzt beim FBI. Sie nennt sich nur Top Sigrid. Oh nein. Nein. Wenn Wissenschaftler ein Brot belegen, ist es dann wissenschaftlich belegt? Oh, jetzt fängt Hybrid auch noch an. Was ist die Steigerung von Imposant? Im Kies... Im Hintern Kies. Oh nein. Es tut schon weh. 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 Gute Reise! Gute Besserung! Bitte Kreditschirpen einfügen. L1 Standard. Hier, bitte. Warte, machst du Wunder nicht ins Bett? Ja, eigentlich schon. Oh nein, ich bin verkehrt. Ja, sorry, eigentlich habe ich japanische Angst, aber ihr seid noch aus. Na klar. Wie oft wollen sie die denn noch sehen? Japanische Angst, ja. Wer kennt sie nicht? Nächster Halt, Sieg Walden, Laichstraße. Ach ja, Marius, Sieg Walden. Sieg? Sieg oder Sieg? Für den Disco, der ist zu dunkel für Twitch. Na gut. Nichts ist zu dunkel für Twitch. Warte. Oh, doch. Oh, der ist so gut, den will ich sagen. Luna! Der ist so gut, den will ich sagen. Na gut, doch, ich weiß wie ich sagen kann. Ich schalte einfach das Mikrofon für den Twitch aus und ich sage so Mappa und Ryan. Ja, aber du vergisst, dass ich das gerade auch anhabe. Scheiße, das stimmt. Scheiße, das stimmt, ja. Wobei, das ist ja egal, ne? Ne, das ist ja mainstream, ne? Das wäre egal. Danke, du Arsch. Ich könnte das sagen, wenn ihr wollt. Nein. Nein, du wartest jetzt noch kurz zwei Minuten. Na gut. Sag Bescheid, wenn ich es sagen darf. Ja, warte. Ich weiß, ich weiß. Aber ich will den beiden nicht vorenthalten. Ich will einfach nicht. Deswegen hatte ich ja vorgeschlagen, dass ich den halt für den Stream kurz ausmache. Dass ich das Mikrofon kurz ausschalte. Hm? Jetzt kannst du. Hm. Warte. Ja. Okay. Okay. Echt dunkel. Der ist aber gut, oder? Der ist halt echt gut. Der ist schon gut, ja. Der ist gut. Aber böse. Als ich heute morgen im Bus saß und gefurzt habe und sich vier Leute umdrehten, fühlte ich mich wie bei das Show The Voice of Germany. Ich hab da mal ne Frage. Ich hab da mal ne ganz, ganz verteilte Frage. Ja. Wo hab ich denn die? Oh nein. Übrigens. Hier ist die Fahrkarte. Diehst du dir auch durch, was du manchmal in die Chats schreibst? Was? Er hat geschrieben, ist der Gegenteil von Japanisch eigentlich nein entspannt? Was? Naja. Der Gegenteil. Der Gegenteil. Naja. Okay. Oh ja, okay. Schön, schön. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Ähm. Jetzt hab ich den Busfahrer verarscht. Ich hab jetzt Zeit, aber bin nicht eingestiegen. Äh. Damian, Don, Pinguin, Mafia. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für das Follow und herzlich willkommen bei den Sampfoten. Du machst dir bequem. Und ich hoffe, wir verschrecken dich nicht. Ich hab mich gesteigert. Ich hab nur noch Minus abschausten. Ich hab mich gesteigert? Äh. Tripper, Inzest, Monopoli, welches Wort passt nicht? Tripper, wieso denn? Na, die anderen, die anderen sind Familienspiele. Ach du Heilige. Also Masuna, der ist schon wirklich hart an der Grenze, ne? Der ist schon hart an der Grenze. Der ist schon hart an der Grenze. Eine Schneckenmama sagt zu ihrem Kind, beeil dich. In Achtung kommt der Bus. Das Einzige, was nicht passt, ist, dass der... Ja, ich hab mich trotzdem nicht verstanden. Hier. Ich hab ihn trotzdem nicht verstanden. Ich hab ihn trotzdem nicht verstanden. Ich hab ihn mal... Oh na, na klar. Hier. Sie haben meine... Also, nachher dann noch mal lesen, hab ich ihn verstanden. Aber ich war zu dumm, ihn zu reden. Sagen wir's so. Oh, hallo, meine asiatische Freundin. Oh, geht das wieder los? Ja. Ich brauch grad sagen. Haben Sie da Essen drin? Oh, ich soll vielleicht mal vorwärts fahren. Ich rückwärts. Die Rose ist aufs Gebäude. Haben Sie da Essen drin? Haben Sie wieder was geklaut? Oh. Oh, sie haben wundervolle Augen. Huch. Jetzt kommt sie ihr so. Schau mir in die Augen, Kleines. Was? Bei euch sind's 10 Stunden und nicht 8 für die Schnecken. Schnecken, was? Was? Ich hatte gerade von Luna was vorgelesen. Oh, das war so ein schöner Tag. Welcher fuhr über den Ozean? Kolumbus. Jetzt fängst du auch noch damit an. Luna macht das schon die ganze Zeit bei mir. Ich dachte, wir haben immer Sonas unser Sorgenkind. Nee, wir haben viele Sorgenkinder. Die kriegen wir alle gar nicht in einen Bus. Oh, ich möchte wandern gehen. Ich möchte wissen, was da oben ist. Aber ich weiß, dass Ryan mich denn nicht mehr abholt. Das ist richtig. Wie kommst du denn da drauf? Kann man einen Förster im Kiefernbad eigentlich auch Kieferorthopäde nennen? Hybrids. Ist das Spargel in ihrer Hose oder freuen sie mich nur so zu sehen? Ähm. Ich glaube, wir wissen wollen, es ist ein Würstchen. Hast du gerade nach unten geguckt? Oder wie kamst du jetzt drauf? Ich hoffe, ich kann unterwegs ein bisschen sagen. Ich frage von Freund, ne? Genau. Das ist nur von Freund, die Frage. Naja, ich habe der asiatischen Dame etwas zu sehr in den Schritt geguckt. Ich glaube, dadurch kam Hybrids drauf. Ja, ja. Aber deswegen habe ich ja gefragt, ob er nach unten geguckt hat und deswegen... Ja, wahrscheinlich. Weil die Hose war halt auch ein bisschen ausgebohlt, ne? Das könnte ja sein. Ich rede doch nicht von der Hose. Ich rede von seiner Hose, Mann. Ja, aber vielleicht, ne? Egal. Egal. Du machst es kaputt. Nein. Nein. Du hast die Worte zerstört. Ich sehe es realistisch. Was ist schwarz-gelb? Ich will das eigentlich nicht hören. Ich habe schlechte Laune, eine Grummel. Was? Wer auf welcher Strecke seid ihr denn jetzt? 13. 13. 13. Du kannst dir jetzt einfach irgendeine aussuchen. Wir haben alle durch, soweit. Ja. Ich nehme die 12. Ich nehme die 12. Gehen zwöl Zahnstocher spazieren. Kommt ein Igel vorbei. Der eine zum anderen. Nichts. Schade, der Bus ist schon vor. Aua. Ryan, ich gebe da jetzt keine Antwort. Es war nur auf die Aussage von der Daria bezogen. Sag ich doch! Hm, naja. Klar, ich gehe in die Antwort eh schon. Oh, bitte. Ryan. Ryan! Alleine, wenn er so antwortet, ne, ist das eigentlich offensichtlich. Das will ich... Also ich bitte euch. Es, es, es gibt so Sachen, die möchte ich nicht wissen. Das wird, das wird... Wie nennt man eine Kuh, die unter Wasser schwimmt. Ein Mu-Boot. Alle kommen mir irgendwie bekannt vor. Wir kommen im Stream der schlechten Witze. Jetzt auch in ihrem Stream. Irgendwie zieht sich das durch unseren ganzen Stream. Ich weiß noch nicht, warum. Angefangen hat's damit und enden wird's auch damit. Ich sag's dir. Wo hab ich zu mir bei dir? Na klar. Hier. Oh nein. Ich hab's. Hab ich ihnen schon gezeigt. Warum sind bei dir immer so viele Schwarzfahrer? Ähhhhhhhhh. Klar. Dark-Mode? Dark-Mode. Schieb nicht mehr alles auf den Dark-Mode. Ich hab's in der Watt dafür. Das kann sein. Um so das Geld zu generieren. Das kann sein. Hä, aber sie macht gut Geld. Außer halt die 1.000, von denen wir nicht wissen, woher sie kommen. Moment. Durch die Kollision. Die Unsichtbare meinst du? Ja, die Unsichtbare. Daher kommen ja die 1.272. Ja, ja, ich weiß. Ich kenne einen guten Fahrradwitz, aber ich fahrrad ihn dir nicht. Oh, Masuna. Nein. Da ist immer vorbei dann, ne? Also du hast den Lauf, aber der... Guck mal da drüben. Da, guck mal da drüben. Mapa! Oh, wer hört hier Musik? Das ist bei mir. Nee. Nee, das ist bei uns. Doch, bei mir steht ein Passagier, hört ziemlich laut bei uns auf. Ja, bei uns auch. Aber es hört halt keiner. Die haben sich abgesprochen, die Schweine. Es hat halt keiner... Keiner. Ich hab ihn meine Fahrkarten. Hab ich ihn schon getroffen. Keiner hat Kopfhörer auf. Hab ich ihn? Ich hab ihn. Wie oft wollen sie dir denn noch? Na klar. Sie haben mein... Wie oft wollen sie dir denn noch so? Wer ist es? Hier ist es keiner bei uns. Die asiatische. Natürlich. Die mit dem Spanel. Oh, tut mir leid. Ey, und jetzt war's weg. Ich glaub, es war wirklich bei Mapa. Wieso hört ihr, was in meinem Bus angeht? Das ist regelhaft. Das finde ich jetzt gerade irgendwie nicht. Geht ein Fahrkartenautomat zum Arzt. Herr Doktor, ich krieg die ganze Zeit Geldscheine eingesteckt. Aber spucke nur Münzen aus. Was ist los mit mir, Doktor? Sie sind in den Wechseljahren. Warum lachst du da so hart drüber? So wusste ich, fand ich gar nicht. Ich find den gut. Ich find den richtig gut. Ja, aber du fandest auch mal Judenduden gut. Ich fand auch Ananas. Ja, Ananas. Das war echt gut. Das war echt gut. Das war Lami. Das war Lami. Danke. Ah, herrlich. Verzeihung, ich suche die nächste Busseitestelle. Ich verzeih ihn. Suchen Sie ruhig weiter. Wenn mich nicht erstmal jemand so anquatscht, werd ich das auch zu sagen. Ist aber echt so. Egal bei was. Verzeihung, ich suche das Müsli. Ja, dann suchen wir mal weiter. Wie ist es nicht? Nee, ist auch Friends Australia. Nächster Halt. Flüsterweg. Endstation. Na klar. Nee, scheinbar hast du keinen Rundweg eingestellt. Noch hatte ich. Keine Ahnung. Oder es geht halt wirklich nicht, wenn wir Koop fahren. Also. Keine Ahnung. Ich hab tatsächlich auch nicht so gestartet. Weil das hatte ich ja vorhin auch nicht. Mit Kitty. Ja, aber da war ja nichts mehr auswählen. Ach, kein Plan. Toll. Naja, bin ich halt gefahren. Naja. Müssen wir halt nochmal fahren, dann fährst du. Nö, nee. Dann heißt es ja hoffentlich freigespielt die nächste Story Dingens. Äh, was sagt man auch zu einem Döner? Das Schweigen der Lämmer. Aber der Film ist gut. Nie gesehen. Oh. Ich weiß nicht, dass ich wüsste. Habt ihr aber was verpasst. Nö. Das sagen mir die Leute auch bei Herr der Ringe und Star Wars. Star Wars? Das ist egal. Was du gesehen haben musst, ist unendliche Geschichte. Was ihr gesehen haben müsst, ist Dr. Who. So, da könnt ihr nichts zu sagen, weil keiner von euch kennt das Gefühl. Nö. War ich noch nie das für dumme Satze, Dr. Who zu gucken. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich fand das immer Schwachsinn. Raus. Okay. Ich bin draußen. Wimey, wimey. Stuff. Siehste, Luna versteht mich. 45.000 einfach. Uff. Haben wir es abgeschlossen? Nö. Nö. Aber es sind alle drin. Wenn nicht, mach nochmal eine raus, mach nochmal neu rein. So, warte mal. Siegweiden ist definitiv zweimal drin. Oh cool. Ist definitiv zweimal drin. Oh. Ah, nee. Nee, das war das... Hä? Wie ist... Doch, Flüssi. Die Mehl holen. Warte mal. Haben wir zwei Zwölfer? Hab ich keine 14er gemacht? Doch. Aber das ist... Aber das ist... Zwölfer. Okay. okay ich mache den 14 einmal komplett raus dann machen wir jetzt warte auch über zwei meine die beiden war zweimal report war zweimal so dann fangen wir jetzt die 14 noch mal ich habe es jetzt umgeändert also jetzt müsste es ja definitiv klappen oder weil ach so rein so so Bis zum nächsten Mal.